Das Hypnose-Magenband. Immer mehr Menschen möchten mit dem Hypnose-Magenband abnehmen und ihr Wunschgewicht quasi auf Autopilot erreichen. Vielleicht haben sie auch schon davon geträumt, so ganz einfach abzunehmen. Aber mal ganz ehrlich, wollen sie so ein Magenband wirklich haben? Es hört sich natürlich super an, ich gehe zur Hypnose und der Hypnoseur suggeriert mir ein Magenband und alles läuft dann wie auf Autopilot. Nicht wahr? Das Leben kann dann wieder schön sein. Aber dazu komme ich später noch einmal. Mein Name ist Ingo Steinbruch und ich helfe Menschen in meiner Hypnose- und Coachingpraxis dabei, ihr Wunschgewicht zu erreichen und auch dauerhaft zu halten. Seit September 2014 setze ich in meiner Hypnosepraxis in Düsseldorf das Konzept des Hypnose-Magenbandes ein. Und immer wieder haben die Klienten gesagt, eigentlich will ich das Magenband gar nicht, aber das ist meine letzte Chance, mein letzter Ausweg beim Abnehmen, mein Gewicht noch irgendwie in den Griff zu bekommen. Und wenn die Klienten kommen und sagen, das ist meine letzte Chance, dann ist das für mich als Coach immer ein bisschen unangenehm. Als Coach bekommt man dann immer so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt, so nach dem Motto, die Verantwortung für das Sitzungsergebnis hast du, ja, die Verantwortung für das Abnehmen und das Sitzungsergebnis wird dann mir in die Schuhe geschoben. Allerdings funktioniert Hypnose so nicht. Ein Hypnotiseur ist besser vergleicht mit einem Trainer beim Fußball. Die Spieler kennen alle das Spiel und die Spieler spielen auch, aber der Trainer leitet das Spiel. Genauso wie ein Hypnotiseur. Oder der Vergleich mit einem Navigationsgerät im Pkw gefällt mir auch sehr gut. Wenn ihr Navi im Auto sagt, wir müssen jetzt links abbiegen und Sie sagen, nö, ich fahre lieber gerade aus, dann kommen Sie nicht an. Ganz einfach. Hypnose-Coaching ist da sehr ähnlich. Wenn Sie mit Hypnose abnehmen wollen, dann müssen Sie sich auf Ihren Coach einlassen und sonst wird das Ganze nichts. Also eigentlich ist Abnehmen mit Hypnose recht einfach. Auch das Abnehmen mit dem Hypnose-Magenband ist einfach. Aber nur dann, wenn die Basis die richtige ist. Und genau darum geht es mir. Und hier konnte ich in den letzten Monaten sehr viel Erfahrung sammeln. Und genau aus diesen ganzen Erfahrungen habe ich mein Konzept zum Abnehmen mit Hypnose und zum Abnehmen mit dem Hypnose-Magenband entwickelt. Denn mein Ziel ist es, wenn Sie zu mir kommen, dass Sie kein Hypnose-Magenband brauchen. Weil ganz ehrlich, das will doch keiner. Wollen Sie, wenn Sie essen gehen beim Italiener und Sie haben Ihre Vorspeise gegessen, wieder nach Hause gehen, weil Sie nichts essen können? Ich würde das nicht wollen. Aber wenn es die letzte Chance ist, dann machen wir das. Das heißt, erst im allerletzten Schritt setzen wir bei Ihnen ein Hypnose-Magenband ein, wenn alle anderen Techniken versagt haben. Aber erst dann. Und bisher waren es ca. 15% der Klienten, die bei mir waren, die das überhaupt bekommen haben. Die meisten brauchten das gar nicht. Und das ist das Schöne dabei. Und wenn Sie jetzt mehr über dieses Konzept erfahren möchten, dann klicken Sie jetzt auf diesen Link oder auf den Link unter diesem Video. Und Sie erfahren, wie Sie in 5 Schritten bzw. in 5 Sitzungen Ihr Wunschgewicht fast wie auf Autopilot erreichen. Egal, ob Sie mit oder ohne Hypnose-Magenband abnehmen wollen. Bald auch als Online-Kurs erhältlich für die Klienten, die es nicht schaffen, zu mir zu kommen. Also, jetzt klicken und Sie erfahren mehr über das Abnehmen mit dem Hypnose-Magenband. Ich freue mich auf Sie. Bis später. Ihr Ingo Steinbock